hallo und herzlich willkommen ich bin bei einer runde minecraft und die spiele klickett ich hoffe dass ich das jetzt auf ihr rauskriege wie ich die russi kriege ich habe auch einen kumpel als Katastner IP angerufen oder er hat mich angerufen und ja jetzt ist er leider nicht da ich dachte er könnte mir vielleicht sagen wo ich da die russi raushole aber wenn er nicht da ist geht er schlecht deswegen werde ich jetzt erstmal hier so alleine ein paar steine finden vielleicht kommt der ja gleich und kann mir das denn sagen so wo sind die ganzen ach komisch jetzt mal nicht mal da sind hier noch steine die ich so klicken kann in meinem haus Okay, ich find auch runter, ich hab's ja immer was überlegt, gehen wir hier die Treppen runter. Geschleißig. Ein Klick. Okay, ich bin nicht raus. Keine Mut haben ihn noch. Ist hier noch was? Jetzt läuft das Rot. Da ist ja was Geldes. Oh, ein Grüner. Und. Geld und. Und. Was war's hier? Was ist denn? Hm, draußen ist nicht schön. Draußen ist auch nicht schön. Ich hab 47. Ist schon schwer. Was? Ich glaube jetzt weiß ich wie's geht. Durch die Klicks hab ich da Steine gekriegt und wie ich freigestein gekriegt. Ah, okay. Beim nächsten Mal weiß ich jetzt nicht. Okay. Dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und viel Spaß. Tschüss.